Salve! Vorsicht, da kommt ein Zug! Heute unternehmen wir eine kleine Fahrt mit dem ACI Express. Er fährt mit dir zu verschiedenen Übungen rund um das Thema ACI. Steig doch ein und komm mit auf die Reise. Doch bevor es losgeht, müssen wir unseren Zug erstmal durchchecken. Du siehst, der ACI besteht aus mindestens drei Waggons. Einem Signalverb, einem Infinitiv und einem Akkusativ, der wie ein Subjekt übersetzt wird. Man nennt ihn deshalb auch Subjektsakkusativ. Ohne diese drei Bestandteile kann der Express nicht losfahren. Er nimmt aber gerne noch andere Waggons mit, zum Beispiel Objekte oder adverbiale Bestimmungen. Wichtig ist zu wissen, wer so einen ACI Express überhaupt fährt. Der Lokführer ist das Signalverb. Er entscheidet, ob der ACI Express losfährt oder nicht. So ein Lokführer muss ganz vieles können. Er muss etwas sagen. Lateinisch Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.